Hallo liebe Läuferin, mit dem Adidas Canadia Trail GTX präsentiere ich euch jetzt ein weiteres wasserdichtes Modell aus unserer Trail-Kategorie. Denn die im Obermaterial verarbeitete Gore-Tex-Membran sorgt dafür, dass der Fuß trotz Regen und Schnee trocken bleibt. Und zusätzlich bietet die Climber-Proof-Technologie Schutz vor Wind und Auskühlen. Die EVA Zwischensohle wird im Fersenbereich durch Adipren verstärkt, dadurch werden die Aufprallkräfte besser absorbiert. Eine Art Spoiler im Heckbereich bietet gerade beim Bergablaufen bei der Landung zusätzliche Trittsicherheit. Mit der abriebfesten und griffigen Außensohle bekommst du auf verschiedenen Untergründen viel Halt. Für alle Einsteigerinnen in das Trailrunning bietet dieses Modell ein sehr interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis und auch für Walkerinnen ist er gut geeignet. Und der Adidas Canada Trail GTX ist in allen Runners Point Filialen zu bekommen oder hier im Shop zu bestellen unter www.runnerspoint.com. Danke.